Herzlich willkommen zu diesem Video. Tools, die einem Zeit ersparen, sind rar. Aber es gibt sie. Und eines davon möchte ich Ihnen nun vorstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Video das Tool Microsoft PowerToys installiert haben. Bringen Sie Ihre Arbeit auf die nächste Stufe mit PowerToys. Halten Sie wichtige Fenster mit der Funktion immer im Vordergrund stets im Blick. Finden Sie die perfekte Farbe mit dem Farbwähler, ändern Sie die Größe von Bildern mühelos und extrahieren Sie problemlos Texte mit dem Textextraktor. Maximieren Sie Ihre Effizienz und Kreativität mit PowerToys. Aber nun der Reihe nach. Mit der Funktion immer im Vordergrund bietet PowerToys Ihnen eine praktische Möglichkeit, wichtige Fenster oder Anwendungen immer sichtbar zu halten. Selbst wenn Sie mit anderen Programmen arbeiten. Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Referenzmaterial, eine Anleitung oder eine Notiz stets im Blick haben, während Sie parallel an anderen Aufgaben arbeiten. Genau hier kommt die Funktion immer im Vordergrund ins Spiel. Die Funktion ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Fenster oder Anwendungen anzuheften, sodass Sie immer über den anderen Fenstern angezeigt werden. Dadurch haben Sie die Informationen, die Sie benötigen, stets im Blickfeld und können nahtlos zwischen den verschiedenen Aufgaben wechseln, ohne den Überblick zu verlieren. Um die Funktion immer im Vordergrund zu aktivieren, verwenden Sie die Tastenkombination Windows, STRG und T. Um das Fenster aus diesem Modus zu bringen, drücken Sie die Tastenkombination Windows, STRG und T erneut. Mit der Funktion Farbwähler von PowerToys erhalten Sie ein leistungsstarkes Werkzeug, um jede gewünschte Farbe auf Ihrem Bildschirm auszuwählen. Egal ob Sie Designer, Entwickler oder Kreativer sind, der Farbwähler ist unverzichtbar für Sie. Mit der Tastenkombination Windows, Shift, C können Sie jede Farbe erfassen, sei es in einem Bild, einer Website oder einer Anwendung. Sie müssen nicht mehr mühsam Farbcodes notieren oder manuell nach passenden Farben suchen. Der Farbwähler erfasst die Farbwerte präzise und zeigt sie Ihnen sofort an. Wenn Sie eine bestimmte Farbe aus einem Bild extrahieren möchten, platzieren Sie einfach den Cursor über die gewünschte Stelle und der Farbwähler zeigt Ihnen den Farbwert sowie den Farbcode an. Sie können die ausgewählte Farbe sofort in Ihr Designprojekt übertragen, ohne Zeit für manuelle Farbabgleichungen zu verschwenden. Für eine exaktere Auswahl können Sie das Scrollrad der Maus verwenden, um die Stelle, die ausgewählt werden soll, zu vergrößern. Mit der Funktion Image Resizer von PowerToys erhalten Sie ein praktisches Werkzeug, um die Größe von Bildern einfach anzupassen. Egal, ob Sie Bilder für Webseiten, soziale Medien, Präsentationen oder anderen Zwecken verwenden möchten. Der Image Resizer hilft Ihnen dabei, die Auflösung der Bilder schnell und problemlos anzupassen. Das manuelle Anpassen der Größe von Bildern kann zeitaufwendig sein und zu Qualitätsverlusten führen. Mit dem Image Resizer von PowerToys können Sie diese Herausforderungen überwinden. Sie können einzelne Bilder oder ganze Stapel von Bildern bearbeiten und die gewünschte Größe festlegen. Der Image Resizer sorgt dafür, dass die Bildqualität erhalten bleibt, während die Größe reduziert wird. Die Bedienung des Image Resizers ist einfach und intuitiv. Sie wählen die Bilder aus, die Sie anpassen möchten und geben die gewünschten Abmessungen ein. Der Image Resizer erledigt den Rest und passt die Bilder entsprechend an. Sie können die Bildgröße in Pixeln, Zentimeter oder Prozenten festlegen, je nach Ihren Anforderungen. Legen Sie dazu eine neue Vorlage an, um das Tool so anzupassen, wie Sie es benötigen. Die Funktionen des Image Resizers ist besonders nützlich, wenn Sie eine große Anzahl von Bildern in verschiedenen Größen benötigen. Sie können die Größe der Bilder schnell und gleichmäßig anpassen, ohne jedes Bild einzeln bearbeiten zu müssen. Dies spart Ihnen Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Mit der Funktion Textextraktor von PowerToys erhalten Sie ein äußerst nützliches Werkzeug, um Texte aus verschiedenen Dateiformaten oder auch Videos zu extrahieren. Egal, ob es sich um PDFs, Präsentationen, Bilder oder Videos mit eingebettetem Text handelt, der Textextraktor erkennt automatisch den Text und ermöglicht es Ihnen, ihn zu extrahieren. Der Textextraktor von PowerToys ist einfach zu bedienen. Nach der Aktivierung mittels Tastenkombination Windows-Shift-T können Sie in den Bereich des zu extrahierenden Textes auswählen. Er erkennt den Text in der Datei und speichert den Text in die Zwischenablage. Mit STRG-V oder rechte Maustaste einfügen, können Sie den extrahierten Text in anderen Anwendungen verwenden, um Informationen zu recherchieren, Zitate zu erstellen oder Inhalte weiterzuverarbeiten.